Von Beginn an war es unser Ziel, eine Technologie zu entwickeln, mit der jeder Tennisplatz dieser Welt digitalisiert werden kann. Wir haben daher ein minimalistisches Systemdesign entwickelt, das sich nahtlos auf jeden Tennisplatz dieser Welt integrieren lässt. Das Ergebnis? Der WingFit Court. Er ist der Zugang zu unseren digitalen Produktwelten mit Services, die wir rund ums Tennis entwickeln. Von Trainingstools bis hin zur Wettkampfplattform. Mit ihm öffnest du das Portal zu einer globalen Tennis-Community, in der sich deine Spieler über Club- und Landesgrenzen hinweg vernetzen können. Die WingFit Box erfasst all deine Aktivitäten auf dem Platz, wertet sie aus und stellt sie in deinem User-Profil bereit. Ihre zwei integrierten Highspeed-Kameras erkennen dabei nicht nur menschliche Bewegung, sondern auch Bälle und Flugkurven, tracken Geschwindigkeiten oder Auftreffpunkte im Feld. Und das Beste? Das System zählt in Matches automatisch mit. Künstliche Intelligenz und innovative Bildverarbeitungstechnologie machen es möglich. Ergänzt wird die WingFit Box lediglich durch eine weitere Kamera. Sie ist beliebig platzierbar und liefert ihr zu jeder Einheit das passende Videomaterial. Bei der Digitalisierung unseres Sports soll wirklich niemand außen vorbleiben. Anstatt teurer Hardware und komplexer Systemaufbauten setzen wir auf smarte Technologie und machen WingFit so bezahlbar für jeden Club. Die robuste Bauweise der Box erlaubt sowohl eine Installation Indoor als auch Outdoor auf deinen Plätzen. Und übrigens, entwickelt und produziert wird die WingFit Box in Deutschland. Sie ist von der ITF zugelassen und erfüllt damit die Kriterien für Player Analysis Technology. So, genug geredet? Lass uns das Ganze testen.